Wir sind immer noch beim Thema Anpassbarkeit im großen Thema der Flexibilität und kommen jetzt aber auf ein sehr spezielles Thema zu sprechen, was wahrscheinlich häufig gar nicht unter so einem Titel wie Anpassbarkeit oder so aufgefasst würde und da besprochen würde, nämlich das Thema der Bildschirmaufteilung. Wenn ich mit so einem Computer arbeite, dann muss ich ja oft mehrere Dinge gleichzeitig sehen und das ist auch soweit logisch, dass man irgendwie Aufteilungen schaffen muss. Aber welche Aufteilungen das sind, das kann man nicht vorher wissen, zumindest nicht umfassend vorher wissen. Deswegen muss dem Nutzer es ermöglicht werden, sich die Bildschirmaufteilung selbst zu machen. Und dazu gibt es natürlich Techniken und dazu kennt ihr auch alle eine wichtige Technik, eine heute sehr dominante Technik, nämlich die Technik der Fenster. Und hier seht ihr das Beispiel, aber das kennt ihr natürlich alle aus eigener Erfahrung, wie es sich mit solchen Fenstern verhält und was die Potenziale von solchen Fenstern sind. Ihr könnt eure Inhalte euch am Bildschirm so verteilen, wie ihr das möchtet und könnt damit dynamisch, sehr dynamisch ins Blickfeld bringen, was ihr jetzt braucht und zwar mehr als eine Sache gleichzeitig. Dieses Bild ist in gewisser Weise natürlich eine Lüge, denn wann sieht ein Desktop bei uns am PC mal so aus, dass man genau drei Fenster so schön säuberlich aufteilt? Was häufig passiert und am Computer noch häufiger passiert als in der Realität, ist das, was man auch sieht, wenn man sich zum Beispiel meinen Schreibtisch mal anguckt. Chaos, es werden viele Dinge gleichzeitig dort untergebracht, die Elemente werden nicht wieder weggeräumt, das heißt, die Fenster bleiben offen. Man hat irgendwann eine eher unübersichtliche Anordnung als eine sehr hilfreiche Anordnung. Also Fenster sind schon mal mit Nachteilen verbunden. Fenster erlauben natürlich eine große Flexibilität, also einen flexiblen Wechsel zwischen System und Anwendungen hin und her, teilweise gleichzeitig, teilweise überlappt und hintereinander, wie man es möchte. Man kann sich also komplett selbst einrichten. Der Nachteil ist allerdings, man erkauft sich das mit der Notwendigkeit, es einzurichten. Das heißt, man ist intensiv damit beschäftigt, die Fenster zu arrangieren. Oder zumindest, wenn man tatsächlich so ein Bildschirmarrangement machen will, dann ist es eine durchaus aufwendige Angelegenheit, das zu machen, raubt einem also Zeit. Und daher ist es häufige Praxis, dass man Fenster dann doch alle im Vollbildmodus verwendet. Gerade bei Windows war das sehr verbreitet. Da gab es immer so einen gleichen Unterschied zwischen Mac-Nutzern und Windows-Nutzern. Dass Windows-Nutzer zumindest früher eigentlich immer alle Fenster im Vollbildmodus verwendet haben. Und dass bei Mac-Nutzern nicht ganz so sehr verbreitet war, dass man das im Vollbildmodus verwendet. Es gab dann manchmal so ein bisschen den Gag, dass man gesagt hat, das ist Microsoft Fullscreen. Vielleicht ist deswegen Microsoft bei Windows 8 auch auf den Trichter gekommen, dass man Fenster gleich ganz abschaffen sollte. Aber gut, andere Frage, lass uns nicht über Windows 8 sprechen. Es gibt schönere Dinge, über die man reden kann. Aber es ist auf jeden Fall dieser Aufwand da. Und da hat man sich in der Computergeschichte und User-Interface-Geschichte teilweise auch unterschiedlich entschieden. Also bei Xerox zum Beispiel, beim Xerox Star, diejenigen von euch, die sich die Vorlesung angesehen haben und intensiv vorangeguckt haben über meine Computergeschichte und Computergeschichtsentwicklung, die haben ja vom Xerox Star schon gehört, Anfang der 80er Jahre, das erste System, was der Desktop-Metapher so verwendet. Und da gab es keine überlappenden Fenster. Da hat man gesagt, der Bildschirm ist groß, war er auch für die damaligen Verhältnisse. Und es gibt keine Notwendigkeit, dem Benutzer abzuverlangen, die Fenster selber anzuordnen. Deswegen hat das System das gemacht. Das System hat also die Fenster hier so automatisch angeordnet, sodass die sich nicht überlappten und man die Dinge gleichzeitig sah. Mit Ausnahme von so Zusatzfenstern wie Einstellungsfenstern und so. Die haben sich überlappt. Aber dann nur die Objekte selber, die Dokumente vom Desktop, wenn man die vergrößerte, dann wurden die Fenster automatisch an- und umgeordnet. Die Apple Leaser dann, die hatte überlappende Fenster. Und die Designer bei Apple haben sich auch explizit dafür entschieden, überlappende Fenster zu machen. Das war durchaus eine bewusste Entscheidung. Zumindest behaupten sie es heute so. Und sie sagen, der Bildschirm von der Leaser war kleiner. Das heißt, wir kriegen es nicht hin, alles, was geöffnet ist, automatisch schön so anzuordnen. Deswegen müssen wir dem Nutzer es überlassen, das selber zu machen und selbst die Prioritäten dann zu setzen durch überlappende Fenster. Das ist durchaus eine plausible Entscheidung, finde ich. Bei Windows 1 gab es das wieder ganz ähnlich wie bei Xerox. Das heißt, die Fenster wurden automatisch angeordnet. Wer sich daran nicht mehr erinnern kann, kann vielleicht mal in das entsprechende Video in der Computergeschichte gucken, wo ich einmal gezeigt habe, dass das ja durchaus auch einfacher ist. Dass das weniger Aufwand macht, da etwas einzurichten, als später in späteren Windows-Versionen, was das Fensterhandling angeht. Aber man war nicht so ganz so flexibel. Ja, diese Flexibilität, die ist natürlich gut und schön, aber der Aufwand ist hoch. Wir haben also hier irgendwie einen Konflikt. Und der mündete darin, dass Ben Schneiderman, der auch ein sehr bekanntes Buch immer herausgibt über gebrauchstaugliche Software, dazu sich mal hinreißen hat lassen, zu sagen, wer mit Fenstern spielt, macht nicht seine Arbeit. Und da ist natürlich was dran. Man ist auf einmal sehr viel mit dem Medium zugange, anstatt mit dem, was man eigentlich tun will. Und deswegen gibt es natürlich Techniken, wie man das Fensterhandling verbessern kann. Dieses Aero-Snap, was wir hier haben, von Windows 7, also ab Windows 7 gab es das, hier ist Windows 10 abgebildet, ermöglichte zum Beispiel, dass ich Fenster so an die Seite bringe. Ich ziehe ein Fenster ganz an die Seite und dann wird es auf der Hälfte des Bildschirms angezeigt und dann kann ich ein oder zwei andere Fenster auf die andere Seite bringen. Und so kriege ich so eine Aufteilung sehr schnell hin, ohne dass ich ein kompliziertes Fensterhandling machen muss. Und der Designkonflikt, der hier hinter steckt, ist der zwischen Anpassbarkeit und Eingabeminimalität. Anpassbarkeit schafft mir natürlich diese große Flexibilität, dass ich die Dinge zusammenbringe, die ich haben möchte. Aber dafür ist der Aufwand halt hoch. Und Eingabeminimalität bedeutet ja nun mal gerade wenig Eingabeschritte. Ich möchte die Eingabeschritte reduzieren. Und wir haben hier diese Splitscreen-Technik, die genau das ermöglicht. Es gibt natürlich noch andere Techniken, wie zum Beispiel Paints, so Teilfenster, zeige ich euch gleich, und transparente Überlagerungen. Das sind Möglichkeiten, wie wir das auch hinbekommen, dass wir nicht mit so einem komplexen Fensterhandling uns herumschlagen müssen, aber trotzdem diesen Vorteil haben, dass wir uns einrichten können, was wo zu sehen ist. Wichtig aber, so etwas wie überlappende Fenster für Einstelldialoge und Fehlermeldungen, die sollte man natürlich behalten. Da sollte man jetzt nicht auf einmal anfangen und dafür auch die Bildschirmaufteilung automatisieren. Das wird wahrscheinlich nicht besonders gut funktionieren. Ja, hier steht schon was von Paints und Teilfenstern. Was ist das? Paints oder auch ein Panel genannt, sehen wir hier. Also hier ist ja ein Chrome-Browser zu sehen und im unteren Bereich des Chrome-Browsers hier so eine Debug-Ansicht, also die Web-Developer-Ansicht. Und die ist kein eigenes Fenster, sondern die ist unten ein Bereich, so ein Pain an diesem Fenster. Und das kann ich in der Größe verschieben. Ich kann also die Verhältnisse verändern, aber nicht dieses Fenster komplett frei hin und her schieben. Man kann das allerdings abdocken und dann kann man es auch als Fenster verschieben. Dazu sehen wir gleich an anderer Stelle mit einem anderen Programm ein Beispiel. Aber das ist jetzt auch so eine Technik, die mir auch eine solche Bildschirmaufteilung ermöglicht. Aber die ganzen Probleme, die Fenster jetzt in die richtige Größe zu schieben, damit man alles gleichzeitig sieht, abnimmt. Zumindest versucht es das. Viele Software macht das heute. Dieses hier zum Beispiel auch. Wieder mal eins aus dem Bildbearbeitungsbereich. Software heißt Fast Raw Viewer, also ein schneller Betrachter für Raw-Dateien von digitalen Kameras. Kann man so schnell durchschalten und aussortieren und gucken, ob irgendwo was überbelichtet ist. Ja, und das ist ein extrem anpassbares Softwareprodukt. Ich habe kaum ein Softwareprodukt, was wirklich im so Kleinen anpassbar wäre. Also hier kann ich jedes dieser Panels einzeln ein- und ausschalten, kann jedes an jeder beliebigen Ecke unterbringen. Ich kann jede Tastenkombination ändern. Alles mögliche. Also es ist wirklich für den eigentlich relativ kleinen Funktionsumfang unwahrscheinlich anpassbar. Ach, was unten in der Fußleiste steht, kann ich auch noch anpassen. Aber schön ist, dass ich halt auch diese Panels anpassen kann und dann mir selber einstellen kann, was ich da sehe. Und ja, jetzt habe ich hier auch wieder diese Variante, dass die so außenrum sind. Und ich kann dann die Größenverhältnisse ändern. Aber ich habe nicht den Nachteil von frei fließenden Fenstern. Aber vielleicht möchte ich das manchmal. Deswegen kann man die abdocken. Das heißt, man kann die auch aus ihrer Seite herausziehen und dann so als freie Fenster verfügbar haben. Was sollte das jetzt? Das macht keinen Sinn, dass ich ein Fenster über den Inhalt lege. Nein, aber was ich zum Beispiel machen kann, ist, ich könnte dieses Fenster auf einen zweiten Bildschirm legen. Denn dann wäre ja, wenn ich sowas habe, ich habe vielleicht irgendwie zwei Bildschirme, hier auch. Hier würde ich vielleicht die Inhalte drauf machen und hier auf dem kleinen Bildschirm die Einstellungsmöglichkeiten. Ja, dann ergibt das aber doch Sinn, dass ich das abdocken kann. Das heißt, ich habe dann beide Möglichkeiten zur Verfügung. Ja, was ist das jetzt? Ich habe jetzt also Fenster und andere Bildschirmaufteilungstechniken als Anpassbarkeitstechniken beschrieben. Und im letzten Video hatte ich schon was dazu gesagt, dass man solche Dinge ja auch abspeichern kann. Das heißt, ich könnte auch Fensterpositionen und Bildschirmaufteilungen abspeichern. Das war das, was gerade in der Software Adobe Bridge so gut ging. Also, wenn man das zusammenbringt, dann kann Anpassbarkeit sehr von Vorteil sein, wenn man es hinkriegt, dass es nicht zu kompliziert wird, das Ganze. Einen Aspekt möchte ich euch noch erzählen, bevor wir zu einer Zusammenfassung des Bereichs Anpassbarkeit kommen. Und das ist die Funktionsgranularität. Auch da könntet ihr nochmal Rückbezug machen auf die Computergeschichtsvorlesung. Da habe ich nämlich was erzählt über Unix. Und dass es bei Unix ja sehr viele kleine Software-Tools gibt, die keinen wahnsinnig breiten Funktionsumfang haben, aber einen sehr tiefen. Das heißt, die können nur sehr wenig, aber das können sie sehr gut. So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Und das Prinzip von Unix ist dann, dass man Endnutzerprogrammierbarkeit hat. Das heißt, ich kann diese kleinen Tools alle miteinander verschalten durch so Techniken wie Piping, also Ausgabe von einem ins andere umleiten als Eingabe. Und dann auch noch vor allen Dingen in einer Programmierumgebung, in einer Shell-Programmierumgebung, also ein Shell-Skript kann ich schreiben, wo drin steht, wie diese Dinge zusammengehören. Das ist die Unix-Philosophie, also Teil der Unix-Philosophie. Da gehört noch mehr dazu. Aber das ist natürlich ganz typisch. Auf der anderen Seite haben wir Software, die heute auch sehr beliebt ist. Man hat so klassischerweise gesagt, die typische Macintosh- und Windows-Software. Ich habe ein monolithisches Softwareprogramm, was ganz, ganz viel kann. Aber ich kann das nicht gut anpassen. Ich kann das nicht gut umkonfigurieren und umstecken. Word ist ein gutes Beispiel, überhaupt jede solche Textverarbeitung. Was kann ich alles mit Word machen? Um Gottes Willen. Also ich kann mit Word sogar rechnen in Tabellen. Und ich kann mit Word teilweise Datenbankverwaltung machen. Ich kann alles Mögliche mit Word machen. Es ist alles Mögliche da drin. Es ist natürlich in sich auch anpassbar ein bisschen. Aber ich habe nicht dieses Phänomen der kleinen Funktion, die ich dann zusammenstecken kann. Ich kann mir nicht was basteln. Ich kann mir nicht aus Word irgendwie etwas basteln. Zumindest nicht erst mal so ohne weiteres mit der Standard-Oberfläche von Word. Und diesen Konflikt habe ich eigentlich immer. Das heißt, das eine ist unwahrscheinlich flexibel, sorgt aber für Aufwand und Notwendigkeit von technischem Können. Das andere ist viel, 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 viel einfacher, aber viel weniger flexibel. Ich habe also immer so einen Konflikt an dieser Stelle. Da muss ich irgendwie einen Mittelweg finden. Und heute ist der Mittelweg häufig in Richtung der monolithischen Anwendung. Gerade wenn ihr Smart-Geräte habt, dann habt ihr eine App für eine Funktion. Und da ist aber auch alles dann drin. Das ist dann immer eine große App und nichts Kleines irgendwie, womit ihr das so zusammenstecken müsstet. Und was gibt es da für Möglichkeiten dazwischen? Ja, dann kommen wir in den Bereich von Makrosprachen. Shell-Scripts gibt es natürlich immer noch. Das heißt, ich kann natürlich auch in so einer Software wie Word und sowas die Einzelfunktionalitäten einzeln verfügbar machen und dann eine Makrosprache anbieten. Oder im Apple-Umfeld gibt es das, da gibt es den Automator. Das heißt, einzelne Funktionalitäten der Software werden über eine API nach außen gelegt. Und ich kann dann in einem Automator-Script, das geht sogar so grafisch, so Blöcke hintereinander stecken, kann ich definieren, wie Daten von einem Objekt durch das andere dann hier in eine Funktionalität von der Software und von der Software. Und kann mir dann wie so eine Art Shell-Script, aber auf grafischem Wege erzeugen. Wir sind hier im sehr, sehr interessanten Aspekt der Endnutzerprogrammierbarkeit, aber damit ein bisschen jenseits der Ergonomie. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass das nicht unwichtig ist, gerade wenn wir darauf hinwollen, dass wir Menschen haben wollen, die ihre Computer beherrschen und die nicht beherrscht werden von dem, was ihnen ihr Computer anbietet. Andererseits darf man da jetzt auch nicht irgendwie, naja, orthodox werden oder sowas in dieser Beziehung. Denn diese Systeme, die das weniger ermöglichen, dass man sie frei anpasst, haben natürlich vielen Leuten ermöglicht, überhaupt Computer zu benutzen, die das vorher gar nicht konnten oder gar nicht wollten. Das heißt, auch das ist immer eine zweischneidige Sache. So, jetzt ist aber genug der Philosophiererei. Ich fasse einfach einmal zusammen, was die wichtigsten Punkte sind in Bezug auf die Anpassbarkeit. Das ist also eine sehr wichtige Eigenschaft von Software, dass sie anpassbar ist, denn sie ermöglicht es den Nutzer, die Software den eigenen Vorlieben, aber auch vor allem den eigenen Notwendigkeiten entsprechend anzupassen. Aber es ist problematisch. Es können schlecht bedienbare, verkonfigurierte Software-Systeme dadurch entstehen. Wir brauchen also diese Reset-Funktion. Die Anpassbarkeit selber braucht eine Nutzungsschnittstelle. Das heißt, ich habe Konflikte mit Übersichtlichkeit und Kontinuität und solchen Dingen. Die Wartbarkeit leidet unter Anpassbarkeit. Der Admin möchte nicht, dass das alles anpassbar ist, dass es überall anders ist. Und die Anpassbarkeit, die versehentlich vorgenommen werden kann, muss rücknehmbar sein. Das habe ich gerade schon gesagt. Dafür brauche ich aber nochmal wieder mehr grafische Nutzungsschnittstelle. Wenn man eine Tendenz beobachten will, dann ist Anpassbarkeit momentan eher auf dem Rückschritt. Das hat schon mit Windows und Mac stark angefangen. Was heißt stark angefangen? Die gibt es ja auch schon seit über 30 Jahren. Aber da ist es auch weniger geworden, dass man sich die Dinge anpassen kann. Vor allen Dingen im Windows-Bereich war es ja eigentlich lange üblich, dass man gesagt hat, diese Mac-Leute, die haben immer diese monolithischen Anwendungen. Im Windows-Bereich machen wir alles anpassbar. Und jeder kann sich das zusammenstecken, wer möchte. Das ist weniger geworden. Im Unix-Bereich ist natürlich die Anpassbarkeit immer noch das Größte. Auch im grafischen Bereich. Deswegen kann man in Unix alles mit allem kombinieren. Das ist sehr flexibel, aber auch wiederum sehr unübersichtlich. Aber so insgesamt ist es weniger geworden. Schaut euch mal einen Vergleich an zwischen so einer Web-Mail-Anwendung, wie hier dies Jahr von der Uni gibt, aber auch sowas wie Google-Mail oder Yahoo-Mail oder was immer ihr habt. Web.de, Mail-Dienste. Wie wenig anpassbar die sind im Vergleich zu Software-Produkten wie Outlook oder so. Das heißt, wir haben da auch durch das Web eine gewisse Verstandardisierung und weniger Anpassbarkeit. Und modernere Mail-Anwendungen für Endnutzer sind dann auch wieder weniger anpassbar. Das heißt, hier findet so eine Art Diskurs statt. Das ist so ein Hin und Her und zwischen den Argumenten. Es formuliert zwar vielleicht gar keiner so richtig so, aber doch findet das statt, dass bestimmte Entwicklungen in einem Bereich Einfluss auf Gestaltung in einem anderen Bereich haben und dann gibt es vielleicht wieder mal eine Gegenbewegung und sowas. Es ist also spannend, dahinter zu bleiben. Das ändert aber nichts an unseren ganzen Überlegungen zur Anpassbarkeit. Denn die sind unabhängig davon, wie diese Moden sind und wie die Konflikte jeweils aufgelöst werden. Wichtig ist, dass man die Forderung versteht und kennt und dass man um die Konflikte weiß und weiß, dass man sie auflösen muss. Und wie man das macht, das ist natürlich immer die Frage in der konkreten Situation der Softwareentwicklung. Soviel aber jetzt nun zur Anpassbarkeit und im nächsten Video geht es weiter mit der Heterogenität. Das ist ähnlich, aber anders.